Hallo Leute, ich wollte noch mal kurz, bevor ich das Video beginne, etwas sagen. Also ich bin gerade am schneiden und ich wollte nur etwas sagen, nämlich da bei dem anderen Intro-Wettbewerb. Niemand kann hier wirklich Intros machen, genau wie ich. Ich kann es einfach nicht. Da dachte ich, da mache ich jetzt einen ganz normalen Intro-Wettbewerb. Also ganz normal, da könnt ihr Intros machen, wie ihr wollt und naja, ihr seht dann auf eurem Kanal hochladen und ja, jetzt seht ihr das eigentliche Video. Und nicht nur ein Intro, sondern auch ein Outro. Also ihr könnt nicht nur ein Intro machen, ihr dürft auch ein Outro machen, wenn ihr wollt. Und so ja, das war, was ich, also alles, was ich sagen wollte. Jetzt geht es los mit dem eigentlichen Video. Hallo Leute, ich bin Snowdrop von dem Kanal MyLiePonySnowdrop und ich bin heute super, 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 super glücklich. Weil heute, also ich habe Ponys, die ich halt immer wollte, aber nie gefunden habe und Squishy und ein Squishy und so. Ähm, ja, äh, also ich habe die Ponys von dem Trudelmarkt, deswegen sind die schon geöffnet. Aber die sind noch für mich ganz neu, weil, naja, halt neu, ich habe sie erst gerade geholt und die wollte ich auch immer haben. Also beginn wir mal mit dem, was ich nicht am wenigsten mag, sondern, also eine Sache mag ich am allermeisten, die kommt als letztes und die ich nicht am allermeisten, und die ich am mittelsten meist weiß, kommt als zweites und als erstes kommt das, was ich am wenigsten mag, aber trotzdem auch sehr mag. Ähm, und das wäre, es kommt jetzt. Okay, das wäre jetzt schlecht. Ähm, ja. Das ist Shining Armor. Ähm, er ist ganz neu. Das ist Twilight's Bruder und den hatte ich vorher noch überhaupt nicht. Und der ist super neu. Seine Haare wie Trolls Haare. Er hat ja nichts an, aber das ist egal. Er ist noch ein bisschen dreckig hier und so. Aber das liegt daran, dass er gebraucht ist, besser als gar nichts. Aber normalerweise ist er mega teuer und ich habe ihn halt nicht so teuer gewollt, sondern hat weniger. Und, naja, ich hatte aber vorher so eine Minifigur von dem. Und, naja, die, ähm, die Minifigur, die könnten wir jetzt mal vergleichen. Also, die Augen sind gleich ungefähr. Seine Farbe ist mehr weiß, eine mehr gelb, aber das liegt daran, dass die auch sehr alt ist. Die Haare, naja, die sind hart und die nicht. Und der hat nichts mehr an, weil das wurde abgemacht und dann wollte ich nicht sagen, äh, können wir das dann machen. Oder, ähm, das ist an einem anderen Pony dran. Nein, ich gehört das hier dran. Seine Hofe sind nicht angemalt, seine schon. Also bei dem hier. Und der Rest ist ungefähr gleich. Das Horn auch, die Horn auch. Ähm, ja. Also, das ist Shining Armor. Er kann sich mal selbst vorstellen. Ähm, hallo, ich bin Shining Armor und, ähm... Ah, Shining Armor! Hi! Hey, Dins, was machst du denn hier? Auf dich warten. Schon seit einem ganzen Jahr. Und du bist immer noch nicht gekommen. Jetzt komm mit... Ich muss dir flow-hart zeigen. Wie sehr sie gewachsen ist seit diesem ganzen Jahr? Ähm, okay, der ist jetzt weg. Ähm, jetzt kamen wir zu dem nächsten. Und das wäre das Squishly. Okay, das Squishly ist noch neu. Das ist noch nicht geöffnet in dieser Verpackung drin. Und das ist riesig. Wirklich mega, mega groß. Und ich öffne es mal jetzt ab. Na, oh und. Wow! Hey, was zieht da meine Nase? Ah! Ähm, dieses Ding lebt. Aber egal. Also, das kann man so squishen. Ich zeig euch das mal. Hui! Hui! Ganz so klein. Das kurze am Squishly ist, man kann es ganz klein und so zerdrücken. Und dann, uh, gehen sie von alleine wieder auf. Ohne, dass ihnen irgendwas passiert. Man kann auch die kleinen Zellteile so zerdrücken. Und das macht mega Spaß. Und das wundert, wenn ich liebe Galaxie. Ich, ich, ich liebe Galaxie. Der war auch ein blauer, aber der sah nicht so aus wie Galaxie, auch wenn ich blau bin. Ich wollte lieber den hier. Und der ist ja auch ein bisschen blauer, aber der war so ein hellblauer und ein bisschen dunkelblau. Naja, das hier ist ein Mädchen auf jeden Fall. Weil er wird Wimpern und Lila. Das soll ein Green Tier sein. Äh. Äh. Okay, jetzt kommen wir zu dem Nächsten. Und das ist das, was ich am aller, allermeisten mag. Das, was ich schon immer habe. Das ist ein Pony. Das habe ich bei einer anderen YouTuberin gesehen. Und ich habe jetzt mal keinen Namen. Und naja, die wollte ich unbedingt haben. Aber ich habe sie nie gefunden. Und jetzt endlich ist sie da. Wir grüßen Sie bitte. Da, da, da. Daisy Dreams. Da, da, da. Also, das ist Daisy Dreams. Wenn sie mal ein bisschen zur Seite treten würde. Oh, ähm, klar. Und wenn man einen Flügel aufmacht, wuii, dann geht direkt der andere auf. Seht ihr? Und das ist auch voll cool. Und ihre Augen sind wunderschön. Daisy Dreams. Daisy Dreams. Bumble Sweet Daisy Dreams. Ich habe dich wiedergefunden. Wo warst du die ganze Zeit über? Du warst die ganze Zeit weg? Aha. Ähm, also, das ist Bumble Sweet. Dies ist nicht neu. Das da ist Daisy Dreams. Hi, Daisy. Ähm, du darfst jetzt mit deiner Freundin weggehen. Wow. Okay, dann gehen wir mal. Also, das waren jetzt alle Sachen. Das Video dauert jetzt schon sieben Minuten und, sieben Minuten und zehn Sekunden. Aber egal, ähm, also, das war's mit dem Video heute. Also, ich hab noch ein paar andere Sachen gekauft, durch Schrift und so, aber ich glaub, die sind nicht wirklich interessant. Deswegen, das war's mit diesem Video. Ich hol noch mal alle Sachen, die neu gekauft wurden. Wow, 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 wow. Mag nicht meinen Platz eng hier. So von der Größe aus sortiert, sortiert, was auch immer. Sortiert, haha, sortiert. Hm. Alle einmal verabschieden. Tschüss. 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 Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Hm.